Sektion 5 Reach Kapitel 30 Null Stunden 29. August 2552 Militärischer Kalender Richtfunknachricht Ursprung unbekannt Ziel Sektion 3 Verschlüsselte Antennenanlage Omega UNSC Hauptquartier Epsilon Eridiani System Reach Militärkomplex Prioritätsmeldung XX087RXX Verschlüsselungscode Gamma Öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar Von Codename Kohlmeiner an Codename Surgeon Betrifft Fortschrittsbericht Operation Hyperdemic Klassifizierung streng geheim Sektion 3 Röntgendirektive Dateiextrahierung Rekonstruierung komplett Datei beginn Gesichertes Raumdock Reparaturhangar Corvette Circumference erhält letzte Tarnverbesserung Schiffswerftenunterlagen erfolgreich geändert Anfrage von fremder KI entdeckt Risiko einer Entdeckung der Operation Entsprechend dem Geheimhaltungsplan Tango Schiffsregistrierungsnummer verfremdet Computersystem vom DOC-Netzwerk getrennt Anti-Hacker-Software gestartet Sicherheitsprotokolle Alpha an Bord eingesetzt So wie Sie es wünschten, Sir Machen Sie sich keine Sorgen Soweit es die Stationscomputer betrifft hat die Circumference nie existiert Datei Ende Selbstzerstörung aktiviert Kapitel 31 0447 Stunden 30. August 2552 Militärischer Kalender Entfernte Ortungsstation Fermion Rand des Epsilon-Eridiani-Systems Chief Patty Officer McRob betrat die Kommandozentrale der Ortungsstation Die Lieutenants Bill Streeter und David Brightlight standen auf und salutierten Wortlos erwiderte ihren Gruß Die wandgroßen Monitore zeigten den Inhalt der letzten Slipstream-Sondon Multidimensionale Karten Ein Regenbogen von Farbvergrößerung Und ein Katalog von Objekten, die im All trieben Einige der neuen Offiziere fanden die Darstellungen hübsch Für Chief McRob repräsentierte jeder Punkt auf den Bildschirmen Gefahr So viele Dinge konnten sich im höherdimensionalen Raum verbergen Piraten Schmuggler Die Allianz McRob inspizierte die Stationen Er achtete darauf, dass alle Programme und die Hardware im Rahmen der UNSC-Spezifikationen Funktionierten Er ließ seine Hand über die Monitore und Tastaturen gleiten und suchte nach Staub Nichts Die Stationen waren in Bestzustand Da sie zum Schutz von Reach abgestellt worden waren, wäre jeder Zustand unterhalb der Perfektion Inakzeptabel gewesen Er hatte dafür gesorgt, dass auch seine Crew diese Überzeugung teilte Weiter machen, sagte er Seit der Schlacht um Sigma Octanos hatte Fleetcom hochqualifizierte Leute auf die entfernten Überwachungsstationen versetzt Chief McRob hatte man von Fort York am Rande der inneren Kolonien abgezogen Die letzten drei Monate hatte er damit zugebracht, die Algebra-Kenntnisse seiner Crew auf den neuesten Stand zu bringen Sodass die Sondendaten interpretieren konnten Sind zur Entsendung der nächsten Sonden bereit, Sir, sagte Lieutenant Streeter Lineare Beschleuniger und Slipstream-Generatoren sind online und geladen Stellen Sie einen 30-sekündigen Zyklus ein und starten Sie die Sonden Befall Chief McRob Ei, Sir, Sonden gestartet, Sir Beschleunigen und tauchen in den Slipstream Fleetcom rechnete nicht wirklich mit einem Angriff auf den Reach-Komplex Er war das Herz der UNSC-Militäroperation Sollte ihn etwas angreifen, würden die darauf folgende Schlacht kurz sein Es befanden sich 20 Super-MBKs im Orbit Sie konnten ein 3000 Tonnen schweres Projektil bis auf 4 Zehntel der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und das Projektil dabei noch zielgenau steuern Sollte das nicht ausreichen, um eine Allianzflotte zu stoppen befanden sich jederzeit zwischen 100 und 150 Schiffen im System Chief McRob wusste jedoch, dass es eine andere Militärbasis gab von der man einst geglaubt hatte, sie sei zu stark, um angegriffen zu werden Und das Militär hatte den Preis für seine nachlässige Wachsamkeit dort gezahlt Er wollte nicht zusehen, wie Reach zu einem neuen Pearl Harbor wurde Zumindest nicht während seiner Wache Sondenkehren zurück, Sir, meldet Lieutenant Brightlight Alpha tritt in 3, 2, 1 in Normalraum ein Überprüfe Sektoren Signal entdeckt an Austrittspunkt minus 540.000 Kilometer Signal verarbeiten und Bergungsdrohne aussenden, Lieutenant Ja, Sir, Signal eingeloggt bei... Der Lieutenant blickte auf seinen Monitor Sir, würden Sie sich das ansehen? Auf den Schirm, Lieutenant Radar und Neutronenmuster füllten Bildschirm und Display Chief McRob hatte dergleichen noch nie im Slipstream gesehen Bestätigen Sie, dass der Datenstrom nicht korrumpiert ist Befahl der Chief Ich schätze, dass das Objekt einen Durchmesser von... 3000 Kilometern hat Bestätigt 3200 Kilometer Durchmesser, um genau zu sein, Sir Signalintegrität ist gut Wir bekommen einen Kurs für den Planetoiden, sobald die Beta-Sonne zurückkehrt Es war selten, dass sich ein so großes natürliches Objekt im Slipstream bewegte Gelegentlich war ein Komet oder Asteroid aufgefallen Die Astrophysiker des UNSC waren sich noch nicht sicher, wie sie in diese alternative Dimension gelangen konnten Aber so etwas hatte es noch nie gegeben Zumindest nicht seit... Oh mein Gott, flüsterte McRob Nicht seit Sigma-Octanus-4 Wir warten nicht auf die Beta-Sonde, rief Chief McRob Wir lösen das Coal-Protokoll aus Lieutenant Streeter, löschen Sie die Navigationsdatenbank und zwar sofort Lieutenant Brightlight, entfernen Sie die Sicherung am Stationsreaktor Seine untergebenen Offiziere zögerten einen Moment Dann begriffen sie das Ausmaß ihrer Situation Sie handelten schnell Datenvernichtung aktiviert, meldete Lieutenant Streeter Haupt- und Nebenspeicher werden entfernt Er drehte sich in seinem Sitz, sein Gesicht war weiß Sir, die wissenschaftliche Bibliothek ist wegen Reparaturen offline Darin befindet sich jedes UNSC Astrophysik-Magazin Mit den Navigationsdaten zu jedem Stern im Umkreis von 100 Lichtjahren Ergänzte der Chief Inklusive Sol Lieutenant, schicken Sie jemanden dorthin, um die Daten zu zerstören Es interessiert mich nicht, ob Sie mit einem verdammten Vorschlaghammer drauf einschlagen Aber die Daten müssen vernichtet werden Ja, Sir Streeter wandte sich dem Kommunikationssystem zu und erteilte hektische Befehle Sicherheitsnebel im roten Bereich Meldete Lieutenant Brightlight Seine Lippen waren zu einer dünnen weißen Linie zusammengepresst Beta-Sonde kehrt in 4 3 2 1 Zurück, Sir Da Ziel verfehlt um 120.000 Kilometer Signal ist schwach Die Sonne scheint nicht richtig zu funktionieren Versuch das Signal zu verstärken Diese Fehlfunktion kann kein Zufall sein sagte der Chief Kontaktieren Sie sofort, Fleetcom auf dem Alpha-Kanal Datenlogbuch komprimieren und senden Ja, Sir Lieutenant Streeter rutschte auf seiner Tastatur ab und musste den Befehl neu eingeben Logbücher gesendet Signal der Beta-Sonde auf dem Schirm meldete Lieutenant Brightlight Berechne Kurs des Objekts Der Planetoid kam näher Seine Ränder zeigten Abnormitäten Vorsprünge Spitzen Einkerbungen Chief McRob ballte seine Hände zu Fäusten Das Objekt wird das Reach-System passieren sagte Lieutenant Brightlight Errechte in 17 Sekunden die Koordinaten 041 Er atmete tief durch Sir Das ist nur eine Lichtsekunde von uns entfernt Lieutenant Streeter stand auf und stieß seinen Stuhl um McRob richtete ihn wieder auf Setzen Sie sich, Lieutenant Wir müssen unsere Aufgabe erfüllen Richten Sie die Teleskopanlage auf diesen Raumsektor Lieutenant Streeter drehte sich um und starrte auf den rückwirkenden Chief Er holte tief Luft Ja, Sir Er setzte sich wieder Ja, Sir Ich steuere die Anlage Gamma-Sonde kehrt in 3 2 1 Zurück Lieutenant Brightlight zögerte Es gibt kein Signal, Sir Abtastung läuft 4 Sekunden und mehr überfällig Vielleicht ist die Sonde auf einer Temporalachse gelandet? Das glaube ich nicht Murmelte der Chief Lieutenant Streeter sagte Teleskopanlage auf Ziel ausgerichtet, Sir Auf dem Hauptschirm Grüne Lichter erschienen am Rand des Reach-Systems Sie sammelten sich Schwärmten aus Als seien sie in einer kochenden Flüssigkeit gefangen Der Raum dehnte Und verzerrte sich Die Hälfte der Sterne in dieser Region wurde verdunkelt Radarkontakt sagte Lieutenant Brightlight Kontakt Mit mehr als 300 Objekten Großen Objekten, Sir Seine Hände begannen zu zittern Soll die Silhouette passen zu uns bekannten Allianz-Raumschiffen Sie beschleunigen Flüsterte Lieutenant Streeter Sie sind auf Kollisionskurs mit der Station Fleetcom, Netzwerkverbindungen werden infiltriert sagte Lieutenant Brightlight Seine zitternden Hände konnten kaum noch tippen Trenne unsere Verbindung Chief McRob Stand so gerade, wie er nur konnte Wie steht es mit den Daten der Astrophysik? Sir, man versucht noch das Diagnoseprogramm zu beenden Doch das kann Minuten dauern Dann haben wir kaum noch Möglichkeiten Murmelte McRob Er legte seine Hand auf Brightlights Schulter Um den jungen Mann zu beruhigen Es ist alles in Ordnung, Lieutenant Wir haben getan, was wir konnten Wir haben unsere Pflicht erfüllt Um alles andere Müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen Er legte seine Hand auf die Kontrollstation Der Chief übersprang die Sicherheitsprotokolle Und verbannt die Versionskammer Mit dem Deuterium Reservetanks Chief McRob sagte Nur noch ein letzter Befehl Selbstzerstörung Der Chief drinsteht Die darf sich nicht mit dem Deuterium Verhandeln Mit dem Deuterium Verhandeln Abbilder Anleger Verhandeln Mit dem Deuterium